Am Wochenende Wo er Recht hat, hat er Recht. Hey Tim, was ist? Tim würde gern lernen. Du würdest gern lernen? Am Sonntag? Ich würde ja lieber rausgehen. Aber es regnet. Ach so. Möchtest du eine Tasse Tee? Ja, warum nicht? Wir könnten was spielen. Was meint ihr? Spielen? Warum nicht? Einverstanden. Aber was? Ich würde gern Karten spielen. Wie wäre es mit Poker? Gute Idee. Das machen wir. Ich würde lieber Monopoly spielen. Tut mir leid. Aber darauf habe ich keine Lust. Wir könnten Scharade spielen. Scharade? Zu dritt? Das geht schon. Ich zeig's euch. Also, erstes Wort. Na? Hm. Was soll das sein? Ein Tee, oder? Genau. Jetzt das zweite Wort. Eine Schüssel vielleicht. Eine Kanne? Ah, Tee, Kanne, Teekanne. Genau. Oh Mann, ich habe beide Wörter gewusst. Trotzdem habe ich gewonnen. Aber jetzt bin ich dran. Erstes Wort. Ein Hut? Nein. Eine Mütze? Nein. Ein Dach? Ein Hausdach? Nein. Ein Haus? Nein. Zweites Wort. Paul. Tim. Haus Paul. Haus Tim. Nein. Ah, ich weiß es. Hausmann. Hm, fast. Paul und ich. Zwei ... Hausmänner. Doch, das wollte ich auch sagen. Zu langsam. Wer ist das denn jetzt? Hey, Niki. Hallo. Was gibt's? Unsere Spülmaschine ist kaputt. Schon wieder? Das ist ja blöd. Mama hätte gern deinen Werkzeugkoffer. Kannst du uns den leihen? Klar. Kein Problem. Warte. Hallo, Niki. Hallo. Wir spielen Charade. Du könntest auch mitmachen. Hast du Lust? Hm, ich weiß nicht. Komm schon. Tim ist auch da. In Ordnung. Ich mache mit. Du bist dran, Niki. Hier kommt mein erstes Wort. Hm. Was ist das? Ich würde sagen, er gibt mir was. Mhm. Ein Geschenk vielleicht? Tatatata. Na gut. Und das zweite Wort? Zeitung? Mhm. Illustrierte. Zeitschrift. Mhm. Er meint das Papier. Geschenkpapier. Richtig. Juhu. Gewonnen. Hallo, Eva. Entschuldige. Entschuldige, Paul. Ich suche Niki. Ist er bei euch? Ja, er … Hier bin ich. Wärst du bitte so nett und kommst mal hier raus? Nein. Komm du lieber rein. Niki, du weißt, ich hab keine Zeit. Du könntest trotzdem reinkommen. Es ist lustig. Wir spielen Charade. Na super. Komm doch rein, Eva. Wo er recht hat, hat er recht. Ein Handwerker? Mhm. Ein Hammer. Mhm. Der Hammer ist ein … ne? Ein Werkzeug. Richtig. Und jetzt das zweite Wort. Einkaufen gehen? Nein. Eine … Tüte? Mhm. Ein Koffer. Ein Bergzeugkoffer. Ganz genau. Ich geh jetzt die Spülmaschine reparieren. Ach nee. Ein paar Scheraden könnten wir noch machen. Meinst du? Klar. Deine Spülmaschine läuft schon nicht weg. Wo er recht hat, hat er recht. Was machst du denn heute? Ich mache eine Radtour. Aber du bist doch erkältet. Na und? Ich mache trotzdem eine Radtour. Hallo, Merle. Hi, Jana. Wie geht's? Alles gut. Und dir? Auch gut. Du, wir könnten doch am Sonntag mal wieder zusammen frühstücken. Hast du Lust? Hm. Da kann ich leider nicht. Ich treffe mich mit Anna. Oh, schade. Wie wäre es am Donnerstag? Schade. Das geht leider auch nicht. Ich würde gern mit dir frühstücken. Aber du weißt doch, am Donnerstagvormittag muss ich arbeiten. Ach ja. Klar. Stimmt. Und am Freitag? Puh. Warum nicht? Um wie viel Uhr wollen wir uns treffen? Vielleicht um 10 Uhr? Bei mir? Gut. Ich bringe Brötchen mit. Dann bis Freitag. Ich freue mich schon. Tschüss. Tschüss. Und nun eine Information für unsere Filmfreunde. Die Sommerpause vom Kino im Ziegenstall ist zu Ende. Das Programm liegt ab sofort im Kino und in verschiedenen Geschäften der Region aus. Neu im Programm? Donnerstags, freitags und sonntags um 15 Uhr gibt es Kinderkino. Tolle, spannende Filme. Und Kinder bis zwölf zahlen nur den halben Preis. Ein Tipp fürs Wochenende für Kultur zum Nulltarif. Am Samstag von 10 bis 20 Uhr können Sie beim dritten Stadtfest mitten in der Innenstadt wieder Straßenkünstler aus ganz Europa sehen. Fahren Sie am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin und nicht mit dem Auto. Sie wissen ja, es gibt nur wenige Parkplätze im Zentrum und die sind teuer. Endlich ist es wieder soweit. Wie jedes Jahr im Frühling findet auch dieses Jahr der große Theresienflohmarkt statt. Samstag und Sonntag von 6 Uhr morgens bis 19 Uhr. Besonders interessant, dieses Jahr gibt es zum ersten Mal einen eigenen Bereich für Kindersachen. Unser Tipp für Sie, kommen Sie so früh wie möglich, am besten gleich um 6 Uhr. Dann haben Sie die meiste Auswahl und es ist noch nicht so voll. 3. 6. 6. 7. 8. 7. 8. 10. 9. 10. 10. 10.